Kaputtmacher Habeck Heizwende kostet Hausbesitzern 130 Milliarden Euro Kinderbuchautor Habeck Kaputtmacher Habeck gegen jede Vernunft und Sachverstand Wir werden systematisch gedolcht vom Kaputtmacher und beloben Und diese Aussage von dem Bundespräsidenten ist ein einmaliges Vorkommen in Deutschland In der riesigen BRID Er sollte sofort sein Amt niederlegen Da findet eine europaweite Demonstration statt In allen Städten, Italien sind über 100 Städten zum Beispiel dabei Wir arbeiten da eigentlich mit den Deutschen zusammen Und wir sind jetzt dabei im Hintergrund die Demos für Deutschland Anzuleyer, in der Tülle hier in Wittenberg wird auch eine stattfinden Am 7.10.18 Uhr ist er hier auf dem Marktplatz Das soll ich mal vormerken Ja, also am 2.9. ist ja in Wittenberg auch eine Demonstration angemeldet Da ist ein anderer Anmelder Aber trotzdem empfehle ich, dass alle dorthin gehen Und es geht ja dort auch gegen das Unrechtssystem Egal wer das jetzt angemeldet hat Ganz wichtig ist, dass es keine Spaltung gibt Und dass auch alle am Montag immer wieder zahlreich höher erscheinen Und es geht ja dort um die Sammlung Musik 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 Jungen kann man das nicht ohne sowas, oder? Welches? Das ist das.